...Mikrofon, damit sie gleich losgehen kann mit unserer nächsten Gruppe. Ja, viel zu sagen kann ich jetzt auch nicht mehr. Dafür reicht die Zeit nicht. Eine Frage habe ich allerdings noch an euch. Freut ihr euch? Ja! Ausgezeichnet. Die erste Reihe und die hinteren Reihen sind auch schon mit kleinen Leuchtstäben und glühlig dann versorgt. Dann würde ich sagen, geht ganz doll ab. Habt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken, ich denke, ich muss was falsch sagen. Ich glaube, sie haben einen sehr winterlichen Namen. Und damit würde ich sagen, viel Spaß, kräftigen Applaus mit Snowberry Project. Ich glaube, es ist auch okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, ich glaube, jetzt uns mal in der Mitte. Die erste Reihe und die nächste Reihe ist auch an Sieg. Sieg nicht mehr als die nächste Reihe. Sieg nicht mehr als die Tmo-Sorg. Sieg nicht mehr als die TEST Sieg nicht mehr als die Testerin. Sieg nicht mehr als die Testerin versorgt. Ich denke, dann schütze sie, ich muss nicht mehr als die Testerin. Ich gebe sie das erste Mal. Die Testerin werden mit einem fünfmalen, In der Mitte der Testerin versuche einen Testerin croisar. Ich gebe sie Zeit. Das war mit einem Monatent. Musik 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 Ich bin mir mit mir und ich mit mir verabschiedet. Ich bin mir mit mir und ich bin mit mir verabschiedet. Hey,明日! I'm waiting for you, how do you get? Yes! The flow of the星 stars, Your heart moves, The fire comes, 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 Das war's für heute. Das ist ein Lied. Untertitelung des ZDF, 2020